Ja hallo Kinder, grüßt euch. Ihr kennt doch bestimmt diese ganzen Behindertenspastis, die Barfußschuhe tragen. Wie krank ist das denn? Erstmal wird das wahrscheinlich aus richtig übelst hautkrebserregendem Plastik hergestellt, dann schwitzen da die Füße drin und reiben sich wahrscheinlich noch kaputt. Man bekommt Fußpilz und keine Ahnung was nicht alles. Warum nicht einfach gleich richtig barfuß laufen oder so wie ich schön mit den Zimtis ohne Socken fett durch die Kante gelatscht. Das ist ja genauso sinnfrei wie durchsichtige Kleidung. Kann man auch gleich nackt rennen. Nur mal so ein kleiner Denkanstoß für euch. Ich wünsche euch noch was, genießt die Sonne und immer schön barfuß latschen. Bis dann!